Hallöchen Leute, hier spricht wieder euer LooksLikeLink mit einem neuen Gewinnspiel. Ganz im Zeichen vom neuen Fire Emblem Fates wollen Nintendo und ich für euch zweimal die Limited Edition des neuesten Ablegers verlosen. Der Anlass ist die eigene Fire Emblem Sammlung. Ich würde sehr gern ein Bild von euch bekommen, wo eure Fire Emblem Sammlung zu sehen ist mit einem Text, welcher Teil euer Lieblingsteil ist. Hier zum Beispiel meine Fire Emblem Sammlung. Ich habe ja echt jeden in Deutschland erschienenen Teil, habe auch jeden gespielt und kann mich schwer entscheiden, wer mein Lieblingsteil sein soll zwischen dem ganz normalen Fire Emblem und Fire Emblem Sacred Stones. Das hat irgendwie viele emotionale Gründe, weil das erste Fire Emblem war schon ziemlich cool, da war ich auch noch sehr jung und ach ja und ja, ich tue mich da ein bisschen schwer. Aber ich nehme ja auch nicht teil und deswegen ist das eure Aufgabe. Also bitte ein Foto von eurer Sammlung, wo ihr euren Lieblingsteil so ein bisschen hervorhebt und genau erklärt, warum. Ganz wichtig, nehmt bitte entweder über Instagram oder Twitter Teil mit einem ganz besonderen Hashtag, den ihr bitte in euren Post damit einbaut. Als Hashtag nehmen wir einfach L3GewinnFEF. Auf Instagram und Twitter hat das halt ganz einfach den Vorteil, weil man da sehr schön nach Hashtags filtern kann. Und so kann ich nach Ablauf des Gewinnspiels einfach die Hashtags eingeben und schon werden mir alle eure Beiträge angezeigt. Ich würde sagen, ihr habt eine Woche Zeit, also ab heute, also bis nächsten Freitagabend würde ich sagen und ab da würde ich dann halt mir die beiden Gewinner raussuchen und kontaktieren. Natürlich halt auch auf Twitter kontaktieren und auf Instagram direkt kontaktieren. Da kann man ja auch direkte Nachrichten lesen und schicken. Ist bloß ein bisschen versteckt, aber das findet man eigentlich ganz schnell raus. Alles klar. Ich hoffe, ihr freut euch über diese kleine Aktion von Nintendo und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich suche mir die Gewinner dann in einer Woche raus. Viel Erfolg und ciao!